Die Endnote für dieses Black Plus Decker Produkt ist 8.2 von 10 Punkten. Es hat derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Stärken sind, Saugleistung, Laufleistung, für Treppen geeignet, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtnote für diesen Black Plus Decker Artikel lautet 8.2 von 10 Punkten. In dieser Kategorie ist es derzeit mit 6428 Gesamtbewertungen das am höchsten bewertete. Die wichtigsten Merkmale sind Kabellänge, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, für Treppen geeignet, Saugleistung, Geräuschbegel. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Black Plus Decker hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 7.4 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es ist das Billigste in dieser Auswahl. Seine Stärken sind, Preis-Leistungs-Verhältnis, Saugleistung, Geräuschbegel, Qualität, Haltbarkeit. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Bewertung dieses Black Plus Decker Produktes ist 8.2 von 10. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Seine Eigenschaften sind, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel, Saugleistung, für Treppen geeignet. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die Endnote für diesen Black Plus Decker Artikel ist 8.8 von 10 Punkten. Es ist derzeit das exklusivste in dieser Auswahl. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt, Saugleistung, leicht zu reinigen, Laufleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Dieser Artikel von Black Plus Decker wurde mit 8.6 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Im Moment scheint es am meisten verschenkt zu werden. Hier sind seine besonderen Merkmale. Leicht zu reinigen, Saugleistung, Laufleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung.